Willkommen zum letzten Video unserer Tutorial-Reihe Rhythmische Solfège Nr. 10. Sie haben es fast geschafft und nach dem Dreiviertel-Takt schauen wir jetzt auf den Sechs-Achtel-Takt. Ich habe hier noch mal kurz was hingeschrieben. Sechs-Achtel passen in einen Takt. Wir können die Achtel verdoppeln, dann haben wir Sechzehntel. Wir können die Achtel verdreifachen, dann haben wir Sechzehntel Triolen. Also wenn ich das mal singe, dann hätte ich hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ba, du, die, da, du, die. Wenn ich das Ganze verdoppel, ja, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, du, ja, papa, 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 ja, papa, papa, papa. Wenn ich das verdreifache und habe sozusagen drei Schläge pro Achtel, habe ich takkata, 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir üben das mit dem Text. In 10a werden Sie erstmal nur konfrontiert, nur in Anführungsstrichen, mit Achtel und mit Sechzehnteln. Und das ist das Blatt 10a. Vielleicht können wir das mal zusammen klatschen. Ich gebe mir mal hier einen Sechs-Achtel-Puls. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir picken uns auch hier erstmal ein paar Takte raus. Schauen wir einfach erstmal auf den ersten Takt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Dann schauen wir mal auf Takt vier in der ersten Zeile. Da haben wir einen Haltebogen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das ist nicht so schwer. Schauen wir mal auf eine punktierte Achtel. Eine Zeile drunter. Takt acht. Zweite Zeile, letzter Takt. Takt acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gibt es noch was anderes zu checken? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht der allerletzte Takt. Mal kurz drauf schauen im Takt Nummer 16. Punktierte Achtel, punktierte Achtel, Viertel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Wir klatschen den Text gemeinsam. Blatt Nummer 10a. Eintakt vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht, wo war denn noch eine Stelle? Die war so ein bisschen gemein. Vielleicht können wir das kurz klären. Sechster Takt. Zweiter Takt, zweite Zeile. Sechster Takt. Das ist im Grunde genommen auch eine polyrhythmische Figur. Da klatschen die Hände vier Schläge auf dem Metrum von dem Sechs-Achtel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Gut, dann singen wir jetzt den Text. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie schnippt man? Also welchen Puls gibt man sich? Wenn ich jetzt alle Sechs-Achtel schnippe, kann sein, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend ist. Vielleicht mache ich nur den ersten und den vierten. Drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Von vorne. Zwei Takte vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und. Ba, bu, 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 ba, pa, 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 ya, pa, 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 du, 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 da, du, da, du, ba, du, ya, pa, pa, bu, ba, da, bu, du, du, da, 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 da Es ist so 50-50. Während ich das jetzt gemacht habe, dachte ich, würde sich vielleicht vor allen Dingen zu Beginn etwas sicherer anfühlen, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist, so viel zu schnippen. Okay, prima. Wir gehen einen Schritt weiter. Blatt 10b. Jetzt kommt es zu einer stärkeren Vermischung. Hier und da ist mal was gebunden. Auch hier schauen wir uns einzelne Takte an. Bevor wir loslegen, schauen gleich der erste Takt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lass uns schauen, zweite Zeile in den sechsten Takt. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gibt es noch, schauen wir mal auf den achten Takt in der zweiten Zeile. Das sind zwei Sechzehntel gebunden. Achter Takt, zweite Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba, du, 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 da. Bu, ba, bu, ba, bu, ba. Bu, da, da. Du, du, da. Du, da, du, da. Du, da. Und noch ein letzter, den wir uns anschauen, nämlich Takt 10 in der dritten Zeile. Zehnter Takt, dritte Zeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba, ja, ba, 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 bu, ba. Ba, 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 bu, 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 ba. Ja, ba, ba, bu, 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 ba. Ja, ba, ba, bu, 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 ba. Okay, gut, wir probieren's. Blatt 10b, ein Takt vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ba, ja, katata, ba. Du, 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 du. Du, 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 du. Ba, bu, bu, ba, bu, bu. Ba, ba, bu, bu. Ba, ba, du, du, du. Da, katata, katata. Du, du, du. Ba-ba-bu-bu-bu-ba-bu-ba-bu-ba-bu-ya-pa-bam-ba-bu-pu-bu-bu-ba-yaka-ta-da-tu-ta-tah-ta-ta-tu-tu-tu-ta-ta, ta-ta-ta- pa-bu-ya-pa-pa-yaka-ta-tu-tu-ta-ta-tu-tu-ta-ta-tu-ta-ta-ta-ta. Okay, das war das Blatt 10b. Dann kommt jetzt wie immer ein Notendiktat. In dem Fall, die Takte sind schon sehr komplex und da ist ja auch ganz schön was los innerhalb eines Taktes. Deswegen nur eintaktig, viermal immer jeweils mit einem Taktpause dazwischen. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba. Ja-ba-ba, ba-du-du-da. Ba-ba-ba, bu-ba-ba-bu. Ja-ba-da, du-da-da-da. Takt zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja-ba-da-da, da-da, da-ka-da-da. Der dritte Takt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ba, bu, 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 ba, ba, ba. Das war der dritte Takt, jetzt kommt der vierte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bu, bu, ba, bu, bu, ba. Drei, vier, fünf, sechs. Bu, bu, ba, bu, bu, ba. Du, du, da, du, du, da. Du, du, ba, bu, bu, ba. Fünfter Takt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ba, ya, katata, da, da. Ba, 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 katata, da, da. Du, ba, katata, du, du, ba. Du, ya, katata, du, du, ba. Wir gehen weiter zu Takt Nr. 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, katata, katata, da, du, du, da. Takata, katata, da, bu, bu, ba. Ja, katata, katata, da, du, du, da. Ja, katata, katata, da, du, du, da. Das war der Takt 6. Weiter geht's mit der 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ba, bu, bu, ba, bu, bu. Ba, du, da, du, da, du. Ba, du, da, du, da, du, da. Ba, bu, ba, bu, ba, bu. Takt Nr. 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ba, du, da, du, da, da. Ba, du, da, du, da. Da, ja, du, da, du, da, da. Ba, du, da, du, da, da. Takt Nr. 9. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da, katata, du, du, da, katata, du, du. Ba, katata, du, du, jakka, du, du. Da, katata, da, 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 du, du. Da, katata, du, du, takka, du, du. Takt 10. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ba, du, 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 da, da. Ba, du, 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 da, da. Ba, du, 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 da, du, du, da, du. Takt 11. Eins, zwei, drei. Und ba, du, da, du, 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 da. Du, da, du, 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 da. Ba, du, 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 du. Wir kommen zum letzten Takt. Takt 12. Eins, zwei, drei, zwei, zwei. Ba, bu, du, 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 du. Ba, ba, dakatada. du da 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 okay noch mal alles zusammen hintereinander weg blatt 10b 1 2 3 4 5 6 da du da du da du jacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ich hoffe, Sie haben es genauso da stehen, wie ich es gerade gesungen habe. Wenn nicht, kein Problem. Das ist schwerer Stoff und da muss man sich Schritt für Schritt annähern. Wir sind am Ende mit unseren Tutorials 1 bis 10. Hat mir super Spaß gemacht, war auch für mich eine große Herausforderung. Das fehlerfrei zu singen, ist mir nicht immer gelungen. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Michi Schmidt, der an der Kamera steht und Freddy Seifert, der hier für den Ton und auch für die Kameras zuständig ist. Die beiden werden das jetzt schneiden und sie bekommen das dann sozusagen fertig serviert. Man braucht ein bisschen Geduld bei so einem Projekt, aber wir hatten das und wir hatten eine ganz schöne Groove hier untereinander und waren alles sehr entspannt. Ich hoffe, das kommt bei Ihnen auch so ein bisschen rüber. Ich hoffe, Sie können gut lernen mit diesem Material, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020